Politik ist für mich Mut zu Visionen zu haben. Mein Name ist Christian Fröhlich und ich kandidiere zum Rat in Wipperführt. Politik muss offen sein, Politik muss durchsichtig und klar sein und wir stehen dafür, dass die Politik auch wieder nach außen getragen wird und der Bürger gehört wird und wir zusammen als ein Team Wipperführt tatsächlich auch Dinge bewirken können und verändern können. Deswegen kandidiere ich für den Rat in Wipperführt. Bis zum nächsten Mal.